In einer Welt des globalen Handels und Wettbewerbs zeichnen sich herausragende Marken aus durch kooperative Vorhaben, kreatives Marketing und erstklassige Produkte. Diese Marken werden als Superbrands ausgezeichnet. Jakobs ist eine Superbrand. Kaffee hat in Deutschland eine lange Tradition. Er ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Knapp 90% trinken das Reisgetränk. Mit durchschnittlich rund 150 Litern trinken die Bundesbürger sogar mehr Kaffee als Wasser. 1895 startete Johann Jakobs seine Erfolgsgeschichte mit der Eröffnung eines Spezialgeschäfts für Kaffee, Tee, Kaukau, Schokolade und Biskuits. Nur wenige Jahre später folgte die Eröffnung einer eigenen Rösterei. Im Frühjahr 1966 ging Jakobs den nächsten Schritt und führte mit Jakobs Krönung eines der erfolgreichsten Produkte im Lebensmittelhandel ein. Der nächste große Schritt bei Jakobs war im Jahre 2004-2005 ein komplett neues System zur Kaffeezubereitung, die Tassimo-Maschine. Mit ihrem vielfältigen Sortiment von T-Discs mit Jakobs als starker Gastmarke entwickelte sich Tassimo in den vergangenen 15 Jahren zum Marktführer im Feld der geschlossenen Heißgetränkesysteme. Ob Jakobs Filterkaffee, Tassimo, Kaffeepads, ganze Bohne, Löskaffee oder Spezialitäten, bei der Jakobs Produktvielfalt ist für jeden Geschmack und für jede Maschinenanwendung etwas dabei. Jakobs als die deutsche Kaffeemarke steht für das magische Verwöhnaroma. Es inspiriert uns, unseren kleinen und großen Träumen zu folgen. Denn schon Johann Jakobs hatte vor über 100 Jahren einen Traum, einen Kaffee zu rösten, der mit besonderer Qualität überzeugt und die Menschen beflügelt, ihren Träumen zu folgen. Dieser Traum ist Wirklichkeit geworden. Seit mehr als 120 Jahren vertrauen Kaffeetrinker der Bremer Traditionsmarke Made in Germany. Superbrands. Das international renommierteste Siegel für Spitzenleistung.